Hei, Tante Gubber, Hei, Tante Gubber, Na um i glasen, da låt es lustig ervare. So, da sind 3 Brötchen da gewesen, jetzt sind sie immer da. So, ja, we haben uns wieder den König gefunden, aber 3 Brötchen haben wir noch gehabt und da ist der Dieb. Hei, Tante Gubber, Hei, Tante Gubber, Slå i glasen, da låt es lustig ervare. En lite tid, Willihanberg, Mpa mycket, süd aber sumpesver. Hei, Tante Gubber, Slå i glasen, da låt es lustig ervare. Tschüss! Plötzlich oben in den Schlafzimmer ist er gekommen mit drei Brötchen im Mund. Er ist auf den Tisch gestiegen und hat sich die drei Brötchen geholt. Frech, du bist hier, Peuge, hast du gehört? Ein lustiger Königstag. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 investor Eurobisenseq